Hallo Leute, Takeo hier. Heute machen wir Weyans Rache, das dritte und letzte Jumping Puzzle hier in Löwenstein, also das was noch aussteht. Und dieses Jumping Puzzle befindet sich im Osten von Löwenstein, also hier im Hinterbezirk. Wir können die Wegmarke Küstenferne nehmen, dann hier diesen kleinen Weg hochlaufen und mir mal hier folgen. Der Anfang hat sich nicht verändert, Löwenstein wurde ja zerstört, das hat das erste Jumping Puzzle, das ich euch gezeigt habe, hier schon etwas verändert. Aber hier ist es immer noch genauso zugänglich wie früher, das heißt hier hinten über die Strohballen hüpfen und sich mal hier einen Speedboost geben, diese kleine Höhle betreten. Und wenn wir nach rechts gucken, sehen wir noch ein bisschen was vom Löwenstein, ist leider nicht so die schöne Ecke hier, aber dennoch ein bisschen was von der Stadt kann man hier oben sehen, wenn man nicht gerade hier so in das Gras der Büsche schaut. Hinter dem ganzen Gestrüpp ist aber ein kleiner Durchgang und dann geht es hier weiter, man hält sich links und springt hier über diese Felsen. Der Weg ist eigentlich ziemlich straight forward und hier kommt man gleich zu einem Aussichtspunkt, das heißt wenn ihr den noch nicht habt, könnt ihr den somit gleich einheimsen und der Geist von Veyjan spricht zu euch. Ja und er meint, dass wir einen Teil der Beute kriegen, wenn wir es schaffen dieses Jumping Puzzle zu beenden und der Anfang ist hier ziemlich leicht, man springt genau zwischen dem Wasser hier durch, ziemlich mittig und landet dann hier im Wasser. Ja wie ihr seht, der Geist begrüßt euch gleich, wenn ihr hier ins Wasser springt. Und meiner Meinung nach ist der Geist schon etwas verwirrt, deswegen sollten wir nicht immer auf das hören, was er so sagt. Hier ist er auch schon wieder, der begleitet euch hier durchs ganze Jumping Puzzle, das ist so ein bisschen einzigartig meiner Meinung nach hier. Und die Höhle sieht sehr sehr toll aus, wieder ein sehr sehr schönes Jumping Puzzle. Aber hier auch wieder sehr straight forward, einfach den Weg entlang laufen, beziehungsweise hier laufen, wie ich es euch zeige. Und immer mal wieder schön umschauen, denn die Höhle sieht dann doch schon ziemlich cool aus mit den ganzen Lichteffekten und so. Hier ist dann wieder der Geist von Captain Veyjan, dieses seltsame Licht, wenn ihr das untersucht, dann brabbelt er los. Ja und er sagt euch, dass ihr diesem Licht folgen sollt, aber das sollten wir nicht machen, denn er weiß auch schon nicht mehr so ganz, was hier Sache ist. Und ihr könnt einfach hier den Weg folgen, den ich euch zeige. Einfach ist es auch, wenn ihr die Kameraeinstellung ziemlich weit weggesumt habt und dann einfach von oben drauf schaut, dann seht ihr auch hier immer diese kleinen Steinpfeile. Diese zeigen euch einen Weg, wie ihr durch so Wände durchlaufen könnt, denn nicht alle von diesen Steinwänden sind wirklich Steinwände. Und wenn ihr hier an den Überresten vom 1. Mart vorbeikommt, könnt ihr auch gleich hier wieder durch eine Steinwand durchlaufen. Seht hier wieder diesen Pfeil auf dem Boden, das heißt hier geht es auch durch. Und dann hier einfach den Weg entlang laufen. Hier befinden wir uns dann etwas weiter oberhalb der Höhle. Höhle halten uns rechts an dem Wasser und können dann hier hinten die Felsen benutzen, um etwas weiter nach oben zu kommen. Hier springen wir dann auf diese kleinen Felsformationen, die schon aussehen wie so kleine Treppchen. Und dann geht es Stückchen für Stückchen nach oben. Also das, was der Geist sagt, dass ihr langsam hier durchlaufen sollt, ist ziemlicher Quatsch. Ihr könnt einfach geradewegs durchlaufen, sofern ihr ziemlich mittig lauft. Und am besten mit einem Speedboost, dann werdet ihr von den ganzen Sachen nicht erwischt. Und selbst wenn sie euch erwischen, wie ihr hier seht, es ist nicht wirklich gefährlich. Das heißt, sie machen nicht wirklich viel Schaden und man kann da einfach schnell durchlaufen. Am besten einfach mittig durchrennen. Und schon wieder befinden wir uns in diesem großen Höhlengebilde. Und auch hier halten wir uns wieder rechts, müssen dann aber hier einfach runterlaufen und aufpassen, dass ihr hier direkt auf diesem kleinen Vorsprung landet. Wenn ihr hier runterfallt, ist es ziemlich blöd, dann landet ihr da unten. Ich springe als Krieger einfach mit meinem Zweierskill vom Einhandschwert rüber. Dann habe ich das ganze Problem nicht. Und ja, mir ist das da schon mal passiert und das ist ziemlich ärgerlich. Der Raum sieht am Anfang ziemlich hell aus, aber sobald ihr reinspringt, macht Veyrandt das Licht aus. Das ist nicht so schlimm, sofern ihr ein Item habt, das Illumination gibt, so wie mein Einhandschwert hier. Es gibt auch diverse Rücken-Items, das Feuer von Balthasar zum Beispiel, das Illumination gibt. So seht ihr einfach so ein bisschen mehr um euch herum, um euren Charakter. Aber der Raum ist auch nicht weiter schwer und wenn ihr hier angekommen seid, seht ihr drei Fackeln, die grüne, die blaue und die rote. Und wir wollen hier ganz rechts die rote Fackel nehmen und hier in dieses Loch fallen. Dann im Prinzip einfach nur noch diesen Weg entlanglaufen und dann sind wir auch schon in der Schatzkammer von Kapitän Veyrandt. Hier bekommt ihr den Erfolg und wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch mit Kapitän Veyrandt sprechen. Lasst den Kapitän ruhig quatschen, wir bedienen uns erstmal an seiner prachtvollen Tour, holen unseren Loot für das Jumping-Puzzle. Und ihr braucht keine Angst zu haben vor dem, was ihr gesagt habt. Hier ist doch schon der Ausgang, wenn wir hier mal nach rechts durch dieses kleine Loch weglaufen. Irgendwie muss man sich in diesem Jumping-Puzzle ständig rechts halten, fällt mir auf. Dann kommen wir auch hier wieder an die frische Luft. Und hier ist auch der Geist vom ersten Mal Chain. Wenn ihr euer Karma ausgeben wollt, dann könnt ihr bei ihm hier Piratenwaffen kaufen. Die kosten 9800 Karma jeweils. Ich glaube, also ich gehe mal schwer davon aus, dass es dazu auch eine Sammlung gibt. Aber wir haben jetzt alle drei Jumping-Puzzles in Löwenstein schon mal erledigt. Mal schauen, wann es mit den weiteren Jumping-Puzzles weitergeht. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut Leute. Bis dann. Ciao. Ciao.